Hallo zusammen, heute wollen wir eine kleine Ankündigung machen. Und zwar haben uns schon viele Leute nach Videos gefragt, die etwas auf die Grundlagen der kommunistischen Theorie eingehen. Deswegen haben wir uns entschieden, mit einer Reihe von Grundlagenvideos zu starten. In den Videos werden wir viele fundamentale Bereiche abdecken. Wir wollen erstmal mit zwei Teilen zur marxistischen Philosophie beginnen. Das wären also Videos zum sogenannten dialektischen Materialismus. Danach sollen über die nächsten Videos noch allerlei andere Themen bearbeitet werden. Darunter natürlich die politische Ökonomie und das marxistische Geschichtsverständnis, also der historische Materialismus. Wir wollen uns auch mit dem Patriarchat und seinem Ursprung auseinandersetzen. Darüber hinaus stellen wir uns die Frage, was der Staat im marxistischen Sinne ist und wie sich dieses Verständnis vom Staat von dem unterscheidet, was wir in der Schule beigebracht bekommen und was auch in einigen linken Gruppen vorherrscht. Dann wollen wir uns natürlich auch den Imperialismus anschauen und über die nationale und koloniale Frage sprechen. In dem Zusammenhang schauen wir uns auch den Faschismus an. Wir schauen, was ihn ausmacht, welchen Nutzen er für die herrschende Klasse hat und wie man ihn am aktivsten, am besten bekämpfen kann. In einem weiteren Teil wollen wir uns auch mit der Umwelt und der massiven Umweltzerstörung im Kapitalismus auseinandersetzen. Also könnt ihr euch auch auf dieses Video freuen. Und last but not least wollen wir uns natürlich auch mit der Gesellschaft nach dem Kapitalismus, also dem Sozialismus und auch dem Kommunismus beschäftigen. Zu all diesen Themen werden wir uns Videos überlegen und dann je nach Thema eins, zwei oder auch drei Videos hochladen. Die Videos sollen einen ersten Überblick über grundlegende Fragen des Marxismus-Leninismus geben. Wir werden uns an diesem Buch hier vom Verlag Leo Jogisches orientieren. Das Buch Grundlagen des Marxismus-Leninismus geht auf all diese genannten Themen ein. In den Videos werden wir natürlich nicht so detailliert auf alle Punkte eingehen können, wie es das Buch tut. Deswegen empfehlen wir euch selbst mal in dieses Buch reinzuschauen. Den Link zum PDF findet ihr in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ihr freut euch auf die kommenden Videos genauso sehr wie ich. Wir werden schauen, dass die Videos möglichst ansehnlich sind und dass wir gute Beispiele haben, welche die manchmal etwas komplizierten Theorien leicht verständlich machen. Falls ihr sonst noch Fragen habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben oder das Video kommentieren. Ich verabschiede mich und wir sehen uns dann bei unserer Videoreihe. Macht's gut. Ciao.